Ich habe es gut gemacht, gut geschafft. Wir lernen jetzt das Buch. Ein, zwei. Was ist passiert? Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ah, das ist nicht mehr. In das Buch geht es darum, dass man nur sich selber helfen kann, also so eine Art Mutmachbuch. Ich würde auch gerne nach Ukraine wiederkommen, aber ich wünsche, dass wir in Sicherheit sind und deswegen denke ich, dass das jetzt besser in Deutschland bleibt.